Ganz wichtig im Studium, egal wo, ist, dass man sich für etwas entscheidet, was einem Freude bereitet. Und das hat mir in meinem Leben mal ganz viel geholfen, auch, dass ich mal eine ganz große Freude an den Themen, an dem Fach hatte, das ich studiert habe. Untertitelung des ZDF, 2020